Team LLV heute auf dem Weg nach Darmstadt in die Frischzelle zur Besonger Knabenschule. David hat eben schon ganz grandios meine Brille einfach aus dem Fenster geworfen. Warum? Warum hast du meine Brille rausgeworfen aus dem Fenster? Das kam mir so in den Sinn. Und dann ist es schon geflogen, dann war es schon zu spät. So romantisch sieht es durch die Brille aus, die ich trage. So ist die Realität. Es nicht. Schön. Es nicht. Es nicht. Alter, du... Das, meine Damen und Herren, ist ein Stück Darmstadt. Heute ist Saisonabschluss in der Frischzelle. Saisonabschlussparty der Besonger Knabenschule. Und wir testen schon mal unsere leckeren... Was ist denn das? Paprika? Irgendwas. Bratwurst. Bratwurst. Brötchen. Äh, Baguette. Baguette-Bratwurst. Zwiebel. Dings. Bambi. Musik. Bambi. Musik. Musik. Jungsabschluss. Musik. Musik. Ja, also am Ende deiner Zeit. Alles klar? Alles gut? Super. Und eine schöne Abend. Alles gefällt. Ja, also am Ende deiner Zeit. 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 Das war's für heute. 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 David, hör auf mit dem Scheiß. Rimbach. 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 Raststätte. Rimbach. Rimbach. Rast. 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 Rast, 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 rast. Raststätte. Komm jetzt. Raststätte. Fahr? Rast. Fahr doch wenigstens in die richtige Richtung, Mann. Raststätte. Wo fährst denn auch du lang? Wirst du mich verarschen? Wir sind jetzt zehn Minuten lang in die falsche Richtung gefahren? Ja, jetzt führt er uns wieder zurück. Make a U-Turn. Na, zehn Minuten Fahrt. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Das Navi... Ey. Wieso? Ich will mich nach Rimbach. Naja, eigentlich kenne ich ja den Weg von Darmstadt nach Rimbach auswendig. Ja, super, dass du das jetzt einst. Wieso fahren wir eigentlich in den Norden, wenn wir nach Süden müssen? Das ist eine gute Frage. Berechtigt. Warum? Damit hier ist der Scheidweg. Parkplatz Scheidweg. Hier werden sich unsere Wege jetzt entscheiden. Ich schmeiß dich jetzt raus. Mir reicht's. Ich kann sich gerne mit den Truckern hier anfreunden. Du steigst jetzt bitte aus. Ciao. Mach's gut. War schön. Ciao. Du bist doch ein Arsch. Du bist doch ein Arsch. Das hast du verdient. Sind wir jetzt schon in Rimbach? Nein, wir sind in Zotzenbach. Schönes Kleid. Das ist doch Rimbach, oder? Nein, das ist Möhlenbach. Möhlenbach. Ja. Was ist das denn schon wieder für ein Arsch? Ich kenne mich aus. Und jetzt sind wir in Zotzenbach. Ey, Mann. Ich kenne mich aus hier. Wir sind falsch gefahren. Punkt. Ja, warum? Wenn du dich auskennst, warum fahren wir schon wieder falsch? Ich möchte mein Bier noch austrinken. Nein, du haust jetzt ab. Wir sind jetzt angekommen. Du kannst dein Scheißbier woanders trinken. Nein, ich muss jetzt hier noch verdammte zwei Stunden fahren. Du Skatepunker. Los jetzt. I'm also a skater boy. I'm a no 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 boy. Jetzt wurde ich auch noch geblitzt. Um 2.55 Uhr. Dafür hat David seine Sticks im Auto vergessen. Und wenn der Drummer seine Sticks vergisst, wird er sauer. Das war's. Und wenn der Drummerbal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. uit.